So, und weiter geht die Jagd. Wir jagen diesen Fuchsmann. Für mich immer noch eher ein Vampir. Ich bleib dabei, das ist ein Vampir. Oh, jetzt sind hier die Schläger weg. Ist das ein Monolith? Und dann können wir den Monolith mal nehmen. Fortgeschrittene Technik. Du solltest darauf achten, dass dein Eskalier immer schön hoch bleibt. Außer dann, wenn es nicht angebracht ist. Wenn du glaubst, deinen Feind besiegen zu können, solltest du beim Angriff alles geben. Wenn der Feind jedoch häufig angreift, musst du mehr abwehren. So hältst du wiederum mehr Chancen, deine SK wiederherzustellen. Es gibt keine universelle Taktik. Sei beim Experimentieren anpassungsfähig und flexibel. Ja, und das gerade bei mir, der einfach nur gerne drauf schlägt. Deswegen spiele ich aber Diablon, ich meistens eher auch Nahkämpfer. Hundi! Verdammt, wenn wir nur schneller waren. Der arme Hund. Der arme Hund. Der arme Hund. Und wir kommen gleich. Das war's für heute. Are you So over, feste drauf, feste drauf, jetzt haben wir K.O. Zunächst mal wie toll. Jetzt wird er gleich in der Handblech. Zeitung. Gut, gut erwartet. Okay, machen wir Platz. So. Schön, dass wir nach. So, komm, komm. So, ich hab mich waschen zerlegt. Komm, komm, komm. Sehr schön. Das war ein Scheißkampf. Tang, er ist viel stärker, als ich erinnere mich. Als wir ihn in Elysia verletzten, muss er sich verletzen hat. Ich werde dich in Cinder verletzen. Ich werde dich in Cinder verletzen. Mach das! Mikleo! Oh, ich werde das. Ich werde das. Das ist ein Geist für Worms, die gar nicht zu werden. Ich bin ein Gott! B... Boss! Nein! Ich versuche... Ich war nicht... Quiet. Wer... Wer bist du? Wir werden dich nicht wieder warnen. Wir werden dich wiederholfen. Haben Sie vergessen unser Code, Lunar? Sie sind alle von Second Chancen. Entschuldigung? Gehe. Die Verabschiedung war ein Fehler. Prinzessin Alicia wird nicht mehr unser Ziel. Sie glauben, mich zu glauben? Wir haben unsere Ehre. Gehe. Die Prinzessin sind legion. Für diejenigen, die sich zu entfernen, die Verabschiedung ist nur eine Option zwischen vielen. Sie haben größere Worte als wer wir sind oder was wir tun. Ich sage, dass Sie auf den Pedestal gehen, wo die Sacred Blade ist gehalten. Warum sagen Sie mir das? Honor. Also... Ich denke, ich sollte dich bedanken, für uns zu retten. Hm. Hey, bist du okay? Wuh... 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 Und wir müssen erst noch irgendwelche Bedingungen freischalten. Wuh... Wuh... Aber wir gucken jetzt erst mal hier hinten. Ja, jetzt ist gerade schon die erste leichte überraschende Wendung. Gut, ich sag mal, wer das vielleicht kennt, für den ist das jetzt vielleicht nicht was Neues. Ich hoffe, das kennt keiner. Keine Entschließung. Wenn du das Festival ausprobieren möchtest, geh nach vorne. Keine Entschließung. Was gibt's? Du kannst ihn durchführen. Na, das ist weil ich Festivalstaff bin. Das stimmt. Authorized Personnel nur. Alle anderen gehen. Aber es ist urgent. Kannst du etwas tun? Keine Entschließung. Okay. Ich habe keine Zeit für das. Du hast eine Autorität oder nicht? Oh! Ich kann nicht mit dir bemerken. Jetzt schreibe. Du musst eine Hand? Du bist so, wie du in eine Binde bist. Ich glaube, du willst jetzt auf diesen Pedestal gehen, nicht wahr? Ja. Alicia könnte... Sie müssen das nicht wissen. Ich meine, wenn du mir helfen kannst, würde das wirklich machen. Natürlich. Aber wir brauchen etwas Geld. Cash? Ja. Remember das guarde da hinten? Er ist nicht averse zu etwas Grease auf seinem Palmen, wenn ich meine Meinung bin. Wir können dich durchführen. Wie viel? Ich denke... Ich denke, 1000 Gold sollte es umsetzen. Veränder deinen Geist? Ich denke, das ist nicht so. Ich denke, es ist nicht so. Es ist keine Haut aus unserer Beine. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Wir können uns nicht weiter gehen. Es muss einen Weg geben. Es ist ja okay, Junge. Schreibe mir nie an. Das Schwerziehen findet nach der Zerome-Stadt. Bis dahin bleibt. In der Reihe und wartet. Niemand darf in Zeitung, bis die Zerome vorbei ist. Wir sagen Bescheid, wenn es so alt ist. Ist okay. Ich komme auch ohne euch da vorbei. Ich habe keinen Guide. Ich muss da was geben. Das ist jetzt ein bisschen... Schade. Verlaube ich mich doch fast. Das habe ich immer gerne machen. Jetzt werde ich wohl das Messerchen da geben müssen. Kann ich nochmal mit dem Soldaten quatschen? Ich probiere es auch noch mit dem Soldaten zu quatschen. Aber... Die Steine hier unten... Sieht schon hübsch aus. Also ich möchte den Weg nicht gebaut haben. Ihr wisst ja... Du kriegst ja Körper oder Knie. So... Oh man, ich komme da einfach nichts mehr mit. Okay. Äh... Sehr... Sehr... Niveauvolles Gespräch gerade mit dem Soldaten. Ich habe nicht genug. Hm... Also... Hast du die Werten? Es ist etwas, das Geld wert. Ähm... Ich kann mich wirklich wirklich mit 1.000 Euro für etwas wie das sehen. Pfff... Den Handschuh auf jeden Fall nicht. Ein paar Pfeife. Königliches Messer. Äh... Was soll ich denn nehmen? Äh... Ähm... Möchte deine Macht? Ich... Welchen... Ich... Ich speichere mal kurz ab... Ich speichere mal kurz ab. Soll ich jetzt... Hier mal schauen, was denn... was tier wenigstens... Ähm, ich kann uns wirklich mit 1000 Gold für etwas wie das sehen. Du bist wirklich okay mit diesem? Okay, mit dem Königin im Messerkopfer da rein. Manche tut es mir ja leid um das Messer. Verbraucht, königliches Messer. Ich bin mal gespannt. Das ist der Mann. Du bist gut? All right, dann. Ich werde deine Wälder nehmen. Los geht's. Ich werde die Wälder nehmen. Ich werde das nicht mehr in der Welt nehmen. Aber ich werde die Wälder nehmen. Ich werde die Wälder nehmen. Ich werde die Wälder nehmen. Ich habe Geld, ich habe mein erstes Geld. Endlich, komm, wir suchen Alisha. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Da sind wir dann auch endlich mal drin, ne? Ja, wirklich? Hey Sarray, komm hier! Was ist das? Sarray? Alicia! Ist das du, Sarray? Willkommen! Und wer kann das sein? Das ist Sarray. Ah, yes. The one who rescued our princess way out there in the ruins. Sarray, this is Lady Maltran. She's been appointed as the committee leader for the festival this year. She is also the one who taught me the way of the spear. Nice to meet you. I'm Sarray. It is a pleasure. By any chance, did you come here to attempt the trial of the Blade? Not just that. To tell you the truth. What this mysterious organization has told you is true. There are indeed those who think less than favorably of me. But even so, I cannot live my life in fear of them. But, what Alicia? Thank you so much, Sarray. I really appreciate your concern. Soon, the finale of the festival, the Flames of Purification, will begin. Please enjoy yourselves. So, this is what statespeople deal with. She didn't even flinch. Oh, that's right. Check out the pedestal. Oh, right. Oh, that's right. If no one else can see her, does that mean she's a Seraph? You probably can't remove the sword unless you can speak with her, meaning no ordinary person can do it. Incredible. Incredible. So, that means the legends were true. Hey, say something to her. Me? Unless you want me looking like a total weirdo. But still. Ladies and gentlemen, my fellow citizens of Lady Lake. For the past several years, we have abstained from our beloved festival in light of the general state of the world. But this year, thanks to the grace and assistance of our Lady Alicia, the Sacred Blade Festival can be held once more. We yet live in a time of crisis. Violent weather, geopolitical tensions, pestilence, famine. However, I believe that it is precisely times such as these that make our cultural traditions and celebrations all the more vital to maintain. Oh, wondrous Lady of the Lake, show us your power. Oh, Merciful Lady of the Lake, hear our plea. Cleanse us of our sins and woes with your flames of purification. Citizens of Lady Lake, this jubilant festival shall be as a prayer to the heavens that we may know peace and prosperity. Some prayer all right. This prayer of yours gonna give us our jobs back? The council already seized the crops and weaponry traits from the state. They might as well declare war and get it over with. Hey lady, you trying to kill us? This ain't nothing but the council giving itself a pat on the back. Well, we're not gonna stand for it. Find someone else to lick your boots. Silence. Do not disturb the festival. Enough! Ha! Serves you right! How dare ya! This whole riot was a setup. Look at that guard! This must be the work of the Chancellor. I can't believe they'd involve the citizens they swore to protect in a power struggle. Are we really so corrupt? Alicia! Seray, get to safety! No! You mustn't give in to hostility! Such emotions will breed Hellions! She turned into a Hellion! The evil in people's hearts gives rise to malevolence. And once it reaches a certain point... Lady of the Lake! Can't you do something? You have the power of purification, do you not? A Cerith? And you can see me? Gah! That's not good. Mikleo, put those flames out! The Black Flames are part of the Hellion itself. The most I can do is manage the regular ones. Okay. Seray, you really can see Seraphim, can't you? This isn't looking good. The Hellions are coming out of the woodwork. The power of purification is not my own. It is a power given to those who would draw the sacred blade and become my sword. Then I'll do it! What? Do not be hasty! To become my sword is to serve as a vessel for me to dwell in, and to assume the Shepard's burden. Blessed with the power of purification and abilities beyond human ken, cursed to be scorned by others and wrought with despair. To protect this land from the Hellions means a constant stream of agonizing decisions. It is a lonely battle, the likes of which you can scarcely imagine. That's the burden of the Shepard? And you want Seray to take all that on right here and now? It is not to be done lightly. May I ask you your name? Oh, of course. I am Lila. Lila. My dream is to investigate ancient ruins all over the world. I believe that the legends of the past hold knowledge about how humans and Seraphim might one day live in harmony together. I must find a way to make that happen. To bring humans and Seraphim together again, as it was in the days of yore. If purifying the Hellions will save both humans and Seraphim... Then... Then it's the best chance I'll ever have to make that dream a reality. Are you... really okay with this? Seray... That's why... I shall become the Shepard! I offer myself to you as your vessel, and shall bear your burden! I've waited long for this moment. For one who is pure of heart and free of corruption. A shining vessel to whom my words will reach. Now, Seray! Take up the sword! You got it! You got it! You got it! You got it! Seray...? Ah! Surei, ist das wirklich dich? Geh zurück, Alicia. Hey, du kannst die Hellen, nicht wahr? Ja, einfach die resten der Flamen. Okay, jetzt machen wir das! Hören wir das! Und bevor wir den Kampf jetzt angehen, muss ich mich leider in der nächsten Folge verabschieden. Daher, bis zum nächsten Mal!